Geschichten aus dem Goldberggarten Ein helles und einmal Leberkäse. Und der Herr? Wie hätte so hell ein Arafat ein Lackenbaden? Ah, ein Speziviller und ein Rinderbaden. Und was darf es bei Ihnen sein? Guten Tag. Ich hätte gern so ein großes Bier und einen schönen Preiler mit Beiler. Was wollen Sie? So ein großes Bier und einen schönen Preiler mit Beiler. So, Freundchen. Jetzt lernen Sie erstmal richtig Deutsch und dann kommen Sie wieder. Gut. Besser. Goldbergbräu.